Konzentrieren, Position und Faltenwähnen. Das ist also evident wichtig. An der Linie sind die immer allein und die können jedes Mal einen Pass bekommen um weiter zu schießen. Wenn es gibt oder nicht, Stürmer, das ist euer Mann, wenn er den Ball hat, haben die verloren. Entweder die Gewinner oder die Verlierer oder die Verlierer. Ihr müsst nur wissen, auf welcher Seite die stehen. Entweder die Verlierer oder Gewinnerseite. Etwas anderes gibt es gar nichts. Es gibt keine Kompromisse. Okay, Mane? Okay. Und jetzt?